Audio to go präsentiert Graubünder Finsternis, Landjäger Caminada und der Fuhrmann von Philipp Gurt mit einem Nachwort von Hans Kapritz. Es liest Max Roland. Es ist normal verschieden zu sein. Es gibt keine Norm für das Menschsein. Richard von Weizsäcker Prolog Graubünden 1953 Auf den steilen, von Krokussen übersäten Weiden lagen letzte Schlieren von Schnee, der allabendlich im Hochtal zu Firn gefror. Längst waren die Abendschatten der Berge über alles gekommen. Bald würde es stockfinster sein. Nur noch zuhinterst im Walsertal erhob sich dunkelrot schimmernd das zerfreile Horn, als wüsste es über das Schicksal des gleichnamigen Dörfchens Bescheid. Der grobschlächtige Fuhrmann, dessen Fäuste mit nur einem Schlag einen Ochsen in die Knie zu zwingen vermochten, stand breitbeinig da, die Bergschuhe geschnürt. Er atmete schwer. Die Krempe seines speckigen Lederhuts verdunkelte sein Gesicht bis auf die kräftige Kinnpartie, die von einem groben Stoppelbart bedeckt war. Den knielangen Wildledermantel trug er offen über seinem Chopper. Zu seinen Füßen lag zwischen blutschlierigen Krokussen ein Mann. Der Fuhrmann spuckte verächtlich zu Boden. Dann schultete er den reglosen Körper wie eine Schweinehälfte und schritt durch die steile Weide hinunter zur Felsenterrasse, zur Kapelle St. Anna, die unmittelbar über dem Abgrund thronte, sodass es einen schwindeln konnte. Sicheren Schritts trat er an die Felsenkante und warf den Mann in die Tiefe. Dabei schaute er zu, wie der sich drehende Körper mit der Dunkelheit verschmolz. Die Krähen würden dem Kerl noch in dieser Nacht die falschen Augen aushacken. Den Rest würden andere Tiere besorgen. Der Fuhrmann wandte sich ab, nahm vor der Pforte der Kapelle ehrfürchtig seinen Lederhut vom Kopf und trat ein. Drinnen entfachte er ein Schwefelholz am Absatz seiner Bergschuhe. Die uralten Kalkwände, das Bogengewölbe und der schmucklose Stuckaltar, über den das Bild der heiligen Sippe hing, flatterte im Gelborange. Er entzündete eine dicke Kerze, warf einen Fünflieber in den leeren Opferstock und bekreuzigte sich mit blutverschmierten Händen, ehe er sich auf die harte Bank kniete, den Blick zum Bild gehoben. Sei gegrüßt, o Königin, o Mutter der Barmherzigkeit, unser Leben, sei gegrüßt. Zu dir rufen wir, verbannte Kinder Efas, zu dir seufzen wir trauernd und weinend in diesem Tal der Tränen. Wollanden, unsere Fürsprecherin, wende deine barmherzigen Augen, o gütige, o milde, o gassüße Jungfrau Maria. In Trübsal und Pein komm uns zu Hilfe, o allerseligste Jungfrau Maria. Es ist vollbracht. Der flackernde Schein der Kerze war verzerrt seinen Schatten an die Wände. Eine Träne schimmerte in seinem rauen Gesicht. Für einen Moment schien es, als kniehe dort ein gebrochener Mann. Dann wischte sich der Fuhrmann mit der Hand den Kummer aus dem Gesicht und stand auf. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er bekreuzigte sich noch zweimal, warf einen letzten Blick auf das Gemälde und verließ die Kapelle, das mächtige Haupt in der niederen Türe gebeugt. Wie das Abblick des Bösen marschierte er danach den schmalen Pfad den Berg hinunter. Große, schwere Schritte, den erloschenden Stumpen im Mundwinkel. Die Schöße des Wildledermantels wappten im Bögenwind hinter ihm auf, ehe er im düsteren Wald aus Tannen und Föhren verschwand. Schließlich erreichte er den Ausstellplatz, auf dem sein Fuhrwerk stand, bewacht von einem gewaltigen Wolfshund. Sanft lächelnd tätschelte er dem Tier den Kopf. Der Rüde, dem ein Auge fehlte, seit er vor drei Jahren zwei Einbrecher auf dem Gehöft des Fuhrmanns totgebissen hatte, blickte ihn freudig an, leckte ihm das Blut von der Hand und sprang dann mit einem Satz auf den Wagen. »Hö!« rief Bertolo vom Kutschbock. »Hö!« rief Bertolo vom Kutschbock.